Borussia Dortmund Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach siegte im letzten Spiel gegen den 1. FC Nürnberg mit 2 zu 0 und liegt mit 33 Punkten weit oben in der Tabelle. Borussia Dortmund weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 12 Erfolgen, 3-Punkte-Teilungen und keiner einzigen Niederlage vor, der Gastgeber führt das Feld der Bundesliga mit 39 Punkten an. Die Elf von Trainer Lucien Favre kann die nächste Aufgabe optimistisch angehen, auf eigenem Platz wusste man bislang zu überzeugen. 7-1-0, nur dreimal gab sich Borussia Mönchengladbach bisher geschlagen. Der Gast holte auswärts bisher nur 9 Zähler. Die Zuschauer dürfen auf viele Tore hoffen. Beide Mannschaften gehören, mit einem Schnitt von über zwei Toren pro Spiel, zu den offensivstärksten der Liga. Die letzten sechs Spiele hat Borussia Dortmund alle gewonnen und ist in der jetzigen Form sehr schwer zu bremsen. Gelingt es Borussia Mönchengladbach, diesen Lauf zu beenden? Hier treffen die beiden torgefährlichsten Mannschaften aufeinander. Dortmund erzielte bisher 41 Tore, während Gladbach das Leder 35 Mal im gegnerischen Netz versenkte. Borussia Mönchengladbach hat mit Borussia Dortmund im nächsten Match keine leichte Aufgabe vor der Brust und muss ans Leistungslimit gehen, um etwas Zählbares zu holen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017